Haben Sie sich jemals gefragt, warum grünes Blattgemüse weiterhin ganz oben auf der Liste der gesunden Lebensmittel steht? Das liegt nicht nur daran, dass sie reich an Ballaststoffen und kalorienarm sind. Das Geheimnis liegt in ihrer Farbe. Das ist richtig. Der leuchtende Grünton, den Sie sehen, ist auf ein Pigment namens Chlorophyll zurückzuführen. Chlorophyll ist viel mehr als ein einfacher Farbstoff. Tatsächlich ist es ein entscheidender Bestandteil der Photosynthese, dem Prozess, der es Pflanzen ermöglicht, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Aber nicht nur in der Pflanzenwelt entfaltet Chlorophyll seine Wirkung. Wenn wir diese grünen Pigmente konsumieren, bringen sie auch unserem Körper zahlreiche Vorteile. Von der Entgiftung über die Wundheilung bis hin zur Bekämpfung potenzieller Karzinogene ist Chlorophyll ein wahrer unbesungener Held in unserer Ernährung. Es ist ein natürliches Multivitaminpräparat, das wir die ganze Zeit über im Auge hatten, versteckt in den grünen Blattgemüsen, die wir manchmal übersehen. Was macht diese grünen Pigmente zu einem Kraftpaket mit gesundheitlichen Vorteilen? Bleiben Sie hier, um es herauszufinden. Chlorophylle sind mehr als nur Pflanzenpigmente. Sie sind Ernährungssuperhelden. Sie sehen diese leuchtend grünen Moleküle, die in Blattgemüse und Algen vorkommen, sind vollgepackt mit einer Reihe gesundheitlicher Vorteile, die ihr Wohlbefinden wirklich verändern können. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Chlorophylle unsere Gesundheit verbessern, ist die Verbesserung unserer Verdauung. Sie stimulieren den Darmtrakt, um die Produktion von Verdauungsenzymen zu steigern, die dabei helfen, die Nahrung effizienter aufzuspalten. Dies führt zu einer besseren Nährstoffaufnahme und kann Verdauungsprobleme wie Blähungen und Unwohlsein lindern. Aber das ist nicht alles. Es ist auch bekannt, dass Chlorophylle unser Immunsystem kräftig stärken. Sie haben antimikrobielle Eigenschaften, die dabei helfen können, schädliche Bakterien und Pilze abzuwehren und sie fördern außerdem die Produktion roter und weißer Blutkörperchen. Diese Zellen sind die erste Verteidigungslinie des Körpers gegen Krankheiten. Eine größere Anzahl davon bedeutet also ein stärkeres und widerstandsfähigeres Immunsystem. Und dann gibt es noch die Entgiftung. In der heutigen Welt sind wir ständig Giftstoffen ausgesetzt. Sei es in der Nahrung, die wir essen, in der Luft, die wir atmen oder sogar in den Produkten, die wir verwenden. Diese Giftstoffe können sich im Laufe der Zeit im Körper ansammeln und zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen. Hier kommen Chlorophylle ins Spiel. Sie binden diese Giftstoffe und helfen dabei, sie aus dem Körper auszuscheiden, wodurch unser System effektiv entgiftet und die allgemeine Gesundheit gefördert wird. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Chlorophylle sind außerdem reich an Vitamin A, C und E sowie essentiellen Mineralien wie Magnesium. Diese Nährstoffe sind unter anderem für die Erhaltung gesunder Haut, Sehkraft und Herzfunktion von entscheidender Bedeutung. Sie sehen also, Chlorophylle sind wirklich die heimlichen Helden der Pflanzenwelt. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, Pflanzen ihren grünen Farbton zu verleihen. Sie arbeiten auch unermüdlich daran, unsere Gesundheit auf vielfältige Weise zu verbessern. Aber wie genau wirken Chlorophylle in unserem Körper, tauchen wir etwas tiefer ein. Das Geheimnis der gesundheitlichen Vorteile von Chlorophyllen liegt in ihrer einzigartigen Struktur. Wie funktioniert das? Nun, Chlorophylle ähneln in ihrer Struktur dem Hämoglobin, einem Protein in ihrem Blut, das für den Sauerstofftransport verantwortlich ist. Diese strukturelle Ähnlichkeit ermöglicht es Chlorophyllen, sich an potenzielle Karzinogene zu binden, also schädliche Substanzen, die Krebs verursachen können und deren Aufnahme im menschlichen Körper zu beeinträchtigen. Das heißt, sie können dazu beitragen, unser Krebsrisiko zu senken. Aber es geht nicht nur um Krebsprävention. Chlorophylle sind auch starke Antioxidantien. Antioxidantien sind Substanzen, die Zellschäden durch freie Radikale, instabile Moleküle, die der Körper als Reaktion auf Umwelteinflüsse und andere Belastungen produziert, verhindern oder verlangsamen können. Sie sind wie das körpereigene Abwehrsystem. Wenn sie also chlorophyllreiche Lebensmittel zu sich nehmen, erhalten sie nicht nur eine Portion grüner Köstlichkeiten, sondern tragen auch dazu bei, ihren Körper mit einer Armee von Antioxidantien auszustatten. Diese Antioxidantien können dazu beitragen, ihre Zellen vor Schäden zu schützen, Entzündungen zu reduzieren und einer Reihe von Krankheiten vorzubeugen, darunter Herzerkrankungen und Diabetes. Und die Vorteile hören hier nicht auf. Chlorophylle haben auch entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Behandlung von Erkrankungen wie Arthritis und Asthma helfen können. Sie können sogar dazu beitragen, die Wundheilung zu beschleunigen und Mundgeruch zu reduzieren. Und das Beste daran? Diese Vorteile sind in einer Reihe köstlicher grüner Lebensmittel verfügbar, von Spinat und Brokkoli bis hin zu grünem Tee und Weizengras. Sie müssen also keine großen Anstrengungen unternehmen, um sie in ihre Ernährung aufzunehmen. Ein paar einfache Änderungen können einen großen Unterschied machen. Wenn Sie also das nächste Mal ein grünes Blattgemüse sehen, denken Sie daran, dass es nicht nur eine Pflanze ist, sondern ein Kraftpaket voller gesundheitlicher Vorteile, das nur darauf wartet, freigeschaltet zu werden.